Willis, hast du noch erste Hilfe? Ja, einen. Einen. Scheiße. Ja, ich hab gar keinen mehr. Vorhin zum Gegner, scheiße. Nur noch 35 Verbände. Ja, die Verbände helfen, komm schon. Das ist ein Van. Keine Zeit mehr als du. Ja, wir sind auch noch schon da. Aber das ist ein Gegner in der Nähe, scheiße. Ich will diesen Van haben. Krämer, komm. Ich renne schon mal weiter. Ja, Hauptsache ich bin in der Zone gleich. Ja, die Zone kommt in 80 Kunden wieder. Oh Gott, da sind mehrere Leute und die rennen alle zu dem Van. Das gibt's doch nicht. Die Zone kommt schon. Und jetzt macht's ja richtig Schaden gleich. Ich setz alles auf diesen Van. Oh Gott, der hat mich gesehen. Und so schon. Ja, ich hab einen ausgenockt. Ich hab einen ausgenockt. Mit der freundlichen Schösser. Oh Gott, komm jetzt, komm. Okay, ich setz alles auf den Van. Ich setz alles auf den Van. Alter, ich muss mich grad mit 30 Verbänden hochheilen. Fahr! 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 Fahr, du Scheißschwundel! Ich muss durchfahren, ne? Ich muss durchfahren. Sonst sterb ich. Alter, ich hab mich grad komplett mit Verbänden hochgeheilt, ey. Ähm, du stirbst glaub ich so oder so, oder? Ich glaub ich nämlich auch. Wenn du, wenn du überfährst mich. Okay. Und jetzt macht's Schaden. Hä, warum krieg ich das so? Nein! In der Zone. Ich hab's doch in die Zone reingeschafft. Ich sterbe Scheiß für den Kräber. Bitte schaff es. Bitte Kräber, schaff es. Nein, da liegt ne Granate. Oh Gott. Nein! Nein! Wie bist du denn gestorben, Mario? Zone. Ach so. Ich hab mich komplett hochgeheilt gehabt und dann 2-3 Sekunden später ist die Zone eingetroffen bei euch. Äh. Ich nehm mich mit, du Fotze! Nimmst du nicht, nimmst du nicht. Oder auch nicht. Alter, was macht das für eine Scheißrunde? Ey, Leute. Ich hab mal Kräber. Was? Ich bin einmal mit dem Hinterrad aufgekommen. Das ist tödlich. Du darfst nur mit dem Vorderrad aufkommen. Da kriegst du am Start hier so einen schönen Weg, den die Kräber hat. Der ist so eben quasi auf der Karte. Der ist langweilig. Von 4-Fahrtig. Alter! Der ist langweilig. Ich kann jetzt mal auch ein Vermögen, wenn das geht. Oh, wir müssen noch ein bisschen fahren. Oh. Ich muss an der Stadt vorbei. Wir müssen noch gar nicht da. Wir sind schon zur Hälfte tot. Der ist eine andere Stadt. Ich bin mir erst zur Hälfte tot. Oh, hi! Was? Ja, super. Jetzt nicht mehr. Warte, ich mach auch noch ein feines Stunt, okay? Ein feines Stunt. Nee, der ist ein zweites. Nee, der… Der ist ein zweites. Oh, lol. Oh, steht? Warte, da vorne sehe ich die Möglichkeit. Oh. Das ist ein Auto? Yeah! ernsthaft was ernsthaft dann machen wir das jetzt folgendermaßen die exkurs der pari hat es nicht gefällt jetzt zeig ich euch was passiert wenn man mit dem hinterrad aufkommt moment oder so okay man muss halt wirklich mit dem hinterrad und nicht mit dem rücken aufkommen mit dem rücken überlebt man es ja du hast einen rucksack an jetzt so viele suizidversuche keine funktioniert doch sicherheit ich glaube das ist ein zeichen dafür dass er gewinnen wird das gibt es nicht verliert die kontrolle ständig ich will aber mit dem speed auf den hügel kaktus kann so umfang kris kaktus ne ja ich dachte dass wir auch so zusammen bist jetzt hat doch du kannst ja noch mal so die möglichkeit nutzen in die death cam gehen glück gehabt wo du fährst zu dinges ne leicht richtung wasching wasching ski ja ich will erstmal direkt in die zone rein und dann am strand so ein auto finden Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah hahaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh реicht reicht reicht Ails 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 ae MEIN RÜCKEN alles so geplant ich wollte auf diesen Ass drauf genau ich nehm jetzt erstmal nix okay jetzt macht der den zu Lässt ich Dabbage Oh Gott, hasse ich das, hasse ich das. Ich hasse das ja so sehr, ne? Ja. Und wir nehmen gleich nochmal so einen Kasten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vollgas. Ach so, wir sind fast da. Ach so, Gott sei Dank. Wir sind da. Ich fahre noch gerade in die Zone rein. In die nächste. Ich will, äh, das auf dem Feld zu kommen, wenn wir lassen. Ja, mit Idee. Ich fahre auch zu dem Berg. Alter, Gott sei Dank. Ja, puh. Aber doch nichts umsonst. Aber ich hasse mich ein bisschen. Dieses Motorrad ist einfach das schlimmste Motorrad. Oh, tschüss, Alex. Yo. Wow. Alter. Get on my level. Wenn ich, dass einer von hinten... Na. Wo, 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 wo. Hoch, 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 hoch. Ich weiß, von wo, glaube ich, von wo. Direkt von hinten, als wo du meintest. Einfach hier hoch. Hier sind wir safe. Alter, ich wollte gerade überlegen, soll ich zum Loot und plötzlich, Bumm. Direkt neben der Schuss. Äh. Scheiß drauf, ich kich 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 kich. Die schießen auch Leute, ne? Oh, hinter uns. Hinter uns? Ja. Sniper schießt noch ein speziell Läufer. Das heißt, hier sind direkt hier oben beim Plateau irgendwie 40 Grad oder so. Da sind Leute, die gesnipet haben auf den. Wir sind umgeben von Leuten. Oh Gott, FVV, da seine, da seine, da seine. Wo? Wo ist das? Hinter dem Felsen, der guckt gerade raus. Die Felsen? Ja so, ja, ja, ja. Danke. Das ist doch, das ist doch, doch, doch. Hohe, hohe. Beide tot. Achso, boh, bist du schnell? Ja, ja. aber dass sie keinen Zeit für die Leiter der Bedürfnisse das heißt sie macht sich zu bütteln wirklich macht die Kitzel und so anhand und ein Aufzug wie es dafür unter uns sind sind für das Auto fahren oh gott oh gott keine ahnung ich bin fast tot mein helms weg wir kommen auf jeden Fall zu uns hoch 15 Leute Leute okay 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 ich hab ihn ich muss gerade gucken ob der den Helm hat Helm 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 kaputten Helm aber egal Helm ist Helm die am Arsch bei uns? nein ich hab die aufgemacht oh gott da ist noch einer ich hab die Tür aufgemacht aber der ist unten glaub ich Gott wir müssen hier weg wir müssen hier weg das ist doch nicht wie okay hier raus hier raus hier runter hier runter weg wo 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 folg mir wo ich bin folg meiner Stimme genau ich bin bei dir honey und hier unten könnte auch noch einer sein ich weiß nicht ob die noch um die Tür aufgemacht die sicherstellen ganz ruhig recht sein Prozent Hauptsache wie gewinnt das hier Hälter das war jetzt echt eine Todsverlaufung ist es von oben auch machten Blumenze ja wo 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 ich glaube ich wo war von dem Stattel von von Leipzig er in der Stadt wir müssen die Stattung das viele müssen wirchen das war was und das war was ja Prozent da sind neben die wir bekommen durch müssen wir stehen hier 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 das war der Kind die Klippe ja ich muss ja ja ich muss es stellen wir machen also wissen das überlebt es sind abgarten 3 er hat das in das so geht ich sehe den winkel nicht von den häusern ich heiße auf dem sie hier zu uns kommen nachher wir sind ja hier sicher ich höre auch jetzt aber unten ist er er wird versuchen da rauszukommen das sind zwei leute den anderen beim baum der dritte der dritte er der dritte gut zu sagen okay zwei leute nur noch afrika ist es stimmt warte ich nicht mehr 2 gegen 2 vermute ich mal das schafft man nicht er wurde aus in einem richtig gut ich hatte drei bestehende was ich nicht erfügt ich habe den abendet der wässer der drei bestehende Du hast ihn aber deswegen hat er so viele Schüsse gehabt, sonst wäre es dein Kill gewesen. Schön. Scheiße. Ah, fuck, 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 wo ist der? Ich weiß es nicht. Ich nehme die Sanitätstasche. Ich habe gar keine Weste mehr, ne? Nein! Okay, nur noch eins gegen eins. Unterholen mich. Oh ne, er kommt, er kommt, egal, scheiß auf. Schade. Fuck, 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 fuck. Ich habe nicht richtig gezielt. Fuck. Ich hätte eine Granate werfen sollen. Alter, ich habe so viele Granaten auf die geschmissen. Und dann kam da einer von oben. Fuck. Ja, ich hätte früher schießen sollen. Ich sehe den und dann... Ah, fuck. Was? Aber wir sind von einer scheiß Position gerade. Wir wurden von allen Seiten geschossen. Ja, ja. Haben es da raus geschafft und dann noch auf den zweiten Platz bekommen. Tja. Also das war jetzt... Am Ende hin ziemlich gut. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Toppin. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du holen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Jetzt haben es verboten am Start. Zauern. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ja. 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 Oh mein Gott!